Im Rahmen ihrer Foren zum Jahresende bietet die Bank Bonnot eine Gesprächsrunde über die Herausforderungen von morgen an. In Bern betrifft eines der Themen die Entwicklung der Social Media und deren Tendenzen im kommenden Jahr. Vorher werden allerdings noch die Änderungen in der Wirtschaft diskutiert. Bereit für einen Tapetenwechsel ist unser erstes Diskussionsthema. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass natürlich die neuen Medien und auch die neuen Möglichkeiten Konsumenten sowie Produzenten namhaft beeinflussen werden in Zukunft und schon beeinflusst haben. Und das hat einen ganz anderen Stellenwert heutzutage in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das gibt auch Ungleichgewicht in der Produktion, in der Arbeitsnehmerschaft. Es gibt einen Einfluss auch wirklich auf Produktivität. Das sind so entscheidende Punkte. Es wird sicher Veränderungsprozesse geben bei den Arbeitnehmern. Vor allem eine ständige Weiterbildung ist gefragt. Viel stärkere Einfluss auf das Berufsbild oder auf die Ausbildung. Ganz klar, das sind wichtige Einflüsse auf unsere Gesellschaft. Und zugleich die Geschwindigkeit wird erhöht, das ganze Konsumentenverhalten wird ändern. Und auch der Verkauf hat sich massiv verändert in den letzten Jahren und wird sich noch weiter verändern. Das Internet ist heute aus unserem Berufs- und Privatleben kaum noch wegzudenken. Social Media Highlights, Inspirationen und Trends für 2015 und wie wir sie nutzen können, ist das Thema des zweiten Teils unseres Vortrags. Und welches sind die Tendenzen für 2015? Also die Trends führen sich weiter. Ganz wichtig ist natürlich Mobile, Smartphones, weil die inzwischen wichtiger geworden sind als der normale Computer und alles, was damit eigentlich zusammenhängt. Dann ist es ganz wichtig, dass man sich nicht nur auf Facebook fokussiert, sondern wirklich versucht, eigene soziale Netzwerke aufzubauen, anstatt eigentlich die Macht an fremde Plattformen zu vergeben. Und der dritte wichtige Trend, aber auch schon seit Jahren, ist natürlich Online-Video. YouTube ist die zweitwichtigste Suchmaschine weltweit und man hat eine unglaubliche Reichweite und eine unglaubliche Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen entsprechend dort darzustellen. In dieser Welt des Umbruchs werden die neuen Technologien immer wichtiger. Sie bieten uns viele Möglichkeiten und helfen uns, uns in allen Bereichen den neuen Herausforderungen zu stellen. Bonk Bonnot – Bankier seit 1815